Mein Dick ist öfter in der Schokoladenfabrik als Willy Wonka. No homo. Man kann einfach nur noch darüber lachen. So blöd. Oh man. Okay. Damit hast du auch mein Video eingelitten? Geleitet? Ja. Gelitten, ja. So, dann können wir weitermachen mit dem Vogel mit Blume-Team. Das ist sehr gut. Und jetzt bringe ich auch eine Line zu jedem Beginn von einem Kampf. Hast du schon eine? Ja, ich habe eine. I got a... Wow. So. Darf ich noch schnell eine Line bringen? Ja, natürlich. Fischers Fritze fischt frische Fische. Ich bin fresh wie die Fische, die Fischers Fritz fischt. Wow. Das ist aber so geil. So. Dieser Typ hat keine Switch-Ins auf. Mega. Pidgeot. Warte mal. Genau. Nein, außer Anfrau. Oh. Aber sein Team ist, finde ich, der hat irgendwie zwei Pokémon, die als Lead sehr gut sind. Amoroso und Foselka. Wo ich denke, das ist Hyper-Offense. Und da hat er halt irgendwie der Trevenant. Das ist Hyper-Offense. Bandit-Travel-Man. Also ich habe live auf Trevenant gespielt in Trick Room. Zu Beginn von XY. Das war sich ja relativ gut. Ja, also das habe ich auch einmal ausprobiert. Das war echt cool. made fun. Und ich glaube, mein Gegner ist jetzt nicht der Beste. Warum gehst du nicht für Hurricane? I don't have to. Doch. Warum? Hurricane trifft das gesamte Team besser. Und du hast die Chance auf die E-Confusion. Dass du gar keinen Hasserts rauskriegst. Ja. Also bitte. Hör auf den Pro. Ja. Wer von uns beiden hat die Kampf gewonnen? Ich. Nee. Ja, warum? Weil ich dich von vorn bisschen geghostet habe. Ja. Und bei meinem Kampf hast du einfach meine Muskel geklickt. Ja. Genauso war das. Oha. Okay. Okay. Jetzt. Jetzt. Oder stellst du mir auch was? Nee. Der hat Castleberry Explosion. Oh mein Gott. Eben. Hurricane. Ich hatte so Angst. Ich hab das noch gecancelt vor allem. Du hättest irgendwie losgehen müssen. Ich hab vor allem das noch gecancelt. Ich hatte gerade so Angst. Ich hatte so Angst. Ja. So. So. Da ist Ampfer. You turn, ne? Hm. Wenn ich jetzt kraftes. Hör auf. Ist er längst einmal. Lass sehen. Stimmt. Stimmt. Aber. Du hättest Ampferos nicht so gut, oder? Nee. Oh. Lol. Oh. Du kannst auf. Auf. Du kannst jetzt defoggen. Mit Breaker. GG. Easy. Learn to play. Der ist wirklich nicht gut. Warum? Ich bin 14, 24 oder so. Was soll das? Sein Team ist kacke. Guck dir mal sein Team an. Ich hoffe. Defog. Easy. Der macht geht. Der macht geht. Boah, ich hab schon wieder ne coole Line. Alter, hau mal raus. Nein. Hä? Darf ich? Darf ich? Ja, hau raus. Was? Was ist los? Na, mein... Irgendwie ist gerade meine Seite gequashed. Gequashed. Hater schießen auf uns Gorillas mit Betreuerungsgewehren. Aber wir gehen hinter Bananenpalmen in Deckung und schießen sie mit Kokosnüssen tot. Wow. Äh, tiefgründig, ja. Unglaublich. Ja, ich denke, wir werden nur... Alter. Der versteht. Ja. Der, der, der hat's versteht im Leben. Verstanden. Versteht. Soll ich in Swagbird gehen? Bro. Zum Pex? Ja, ich kann's machen. Okay. Okay. Da kann ich meine, äh, Rocks rausbringen? Ja. Dann ist Gigi. Musst du nicht unbedingt. Der hat bestimmt Ampelleuchte, ich predicte das. Der hat Ampelleuchte, einfach raus. Ja, der eh wahrscheinlich. Ist doch logisch. Ich mein, äh... Aber ich mein, Dragon Pulse killt auch. Aber Ampelleuchte ist eigentlich... Als Celebi noch kommen war, hätte man das eigentlich gut spielen können, ne? Aber einfach raus. Celebi war nie kommen. Was? Warum ist dein Audio? Oh, okay. Der hat... Ja, weil man ist jetzt... Weil man im... Super-Use-Celebi gespielt hat, aber nicht im Under-Use. Echt? Hm. Nein! Nein! Ich will nicht. Mann, ich will... Ich hätte ihn so gut racken können. Und jetzt muss ich mir einen guten Gegner suchen. Oh, nein! Na klar, jetzt soll ja natürlich... Ja, natürlich, natürlich. So. Oh. Ah, predicted. Okay, soll ich noch einen Kampfer? War really hard. Oder du? Ja. Okay. Alter, clever, was ist los? Was? Ach, du hast gewonnen. Gut. Dann brauche ich jetzt eine Line. Ich brauche eine Line. Warte, warte, warte. Hau raus. Ich hoffe, wir... Ich esse Müsli. Zum Frühstück. War's das? Ja. Ne, aber das ist auch eine geile. Warte mal. Magst du Hitler? No. Magst du Pizza? Yeah. Choices. Das ist doch flammt. Join my mic. Ist einfach ich dem Jahr. So, ich hab nen Kampf. Ich hab nen Kampf. Hä? Hä? Ich dachte, du... Lol, okay. Dein Kampf war doch grad vorbei. Ich join in dein rein. Ich bin sowieso so gut in meinem Ranking. Ja, eben. Ich muss ja... Ja, es gibt es da.